Hallo und Willkommen zurück zu ARK. Wir sind an der Base angekommen, der Techlight ist auch hier. Der guckt ziemlich grimmig und wir haben endlich für unseren Techlight den Closer genommen. Ja, weil jetzt sind wir beide mobil. Das ist schön und man sieht auch hier, hat ein Herzchen, ist nämlich weiblich und unser XXX ist ein Männchen. Die beiden passen auf sich auf. Wenn der eine jetzt angegriffen wird, dann kommt mein Männchen und versucht den zu killen. So, wir haben Techlight, was wollen wir jetzt nochmal machen genau? Äh, 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 farmen. Genau, für unsere Base. Farmen, 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 hui. Holz oder was wollen wir farmen? Ja, ich gucke gerade, hat nicht hier, ähm, Shadowhunter, hat er nicht hier, äh, okay, du wolltest es sagen. Nein, ich lass es lieber. Äh, ja, der hat hier wohl ein bisschen, aber lass uns unten Reittiere nehmen und dann erstmal zum Wald rennen. Ah, hat er, hat er denn einen Sattel? Wo ist immer? Dein hat einen Sattel, den hab ich doch noch gecraftet. Ah ja. Komm her, Schnucki, komm her, komm. Ah, das ist episch, ne? Komm her, Putti, Putti, komm. Okay, ah, so. Ich lauf am Wasser entlang. Ja, ich auch. Wir gucken in der Ego-Perspektive, dann sieht das ein bisschen besser aus. Äh. Wir können, glaube ich, auch mit den Dingern schwimmen, ne? Weiß ich nicht. Mal ausprobieren. Ja, ich kann hier ohne Probleme übers Wasser laufen, ne? Wart uns eine Menge Zeit. Ja, aber du musst oben gucken, ne? Du siehst ja da, dass dein Viech Sauerstoff verliert. Ja, ja, oben oder rechts. Und ich würde einfach sagen, wir metzen jetzt einfach hier bald ein bisschen ab, lassen unseren Hübsch. Bist du denn? Ich bin hier vorne, wo bist du? Ich bin hier hinten, wo bist du? Ja, warte. Warte, hier im Baum. Ja, wo bist du? Ich leid. Am Strand. Ja, ich bin auch am Strand. Auf welchem Strand bist du denn? Von der Base aus bin ich auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite, auf der komplett anderen Seite. Bist du an dem See oder an dem richtigen Strand lang gelaufen? Ne, ich bin am See noch. Wegladet. Warte mal. Ich bin jetzt direkt über unsere Be... Ach, ich sehe dich da hinten rennen. Lauf mal links rum. Links, 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 links. Anderes links. Ja, genau in der Richtung. Warm, richtig. Okay. Warte, ich komme wieder zurück, weil hier vorne würde ich sagen, wir holen jetzt erstmal wirklich verdammt viel Holz. Ja. Das sieht so geil aus. Äh. Oh, ich liebe es. Das Spiel ist einfach episch. Ist auch geil. Okay, dann fangen wir hier einfach jetzt an zu... Wie geil. Okay, und Farmen. Aber schade, dass die Entwickler das noch nicht mit der Grafik alles so hinbekommen hat. Aber ich hoffe, dass... Die Grafik? Ja, bitte? Ja, die Grafik ist ja an sich nicht schlecht. Nur die Performance ist halt noch ein bisschen scheiße. Ah ja. Wegen den FPS? Richtig. Er frisst halt unglaublich viel Ressourcen. Nein, meine Pickaxe ist... Wie gesagt, meine Axt. Was brauchen wir dafür? Ich bin doch einmal Flint. Ich habe zweimal Flint zu bauen und wir reparieren auch direkt wieder unser... Oh, bei mir. Was fehlt denn bei mir? Mir fehlt ein Flint. Ja, da ist doch Stein genug. Da sind wir noch wirklich verdammt viel Holz. Und wenigstens Gehege. ist der jetzt weg wenn ich den ha 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 ich leid ich hab dir mal eben ein Bino down gelegt und jetzt schau mal alter 22 mal Fell und wie viel Fleisch haben wir bekommen den mal Fleisch ist das nicht geil was finde ich nur platt gemacht äh unseren ah ich hab Standbild ok jetzt gehts wieder oh ich hab gekackt ah ich hab gekackt ah wenn ich das bei dir so anhört würde ich mir echt Sorgen machen alter wie geil du läufst ja richtig so slow motion nein ah ist einfach nur episch man richtig episch ein 200 200 200 aber du musst auch auf dem Gewicht achten vom Kino ne weil wir wollen die ja auch nicht wählen ne ja alter wie die Palmen hier rumwaggen wieso ja die legen sich ab und zu flach ja die wollen schlafen der ist wohl windig gerade wind 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 sag ich schon ok wir haben das windi windi beteiligt wie viel haben wir noch ok meiner hat noch um die 100 kann ich benutzen ja meine augen ungefähr nicht ganz weiter weiter geil weißt du ich baue in deiner nähe weil du in meiner nähe und wir leben dadurch das wichtig geil hier war das ähm das gehege möchte ich schon in der folge bauen aber ganz gut ob ich diese wieder so langsam ich muss mal wieder ablegen die können wir erst mit level 15 bauen und ich bin das level gerade weil sonst müssen wir foundation ja aber das ist ja auch nicht ja da meinst du einfach wir sollten uns erstmal den vorrat holen damit wir wenn wir das level erreicht haben direkt ordentliches gehege bauen können und nicht hier so gehege auch foundation ja wir schauen mal wenn wir erstmal erstmal fahren und dann gucken können wir uns ja nochmal überlegen mit bauen ja super immer schließen die dahin wenn ich welchen scheiß job der hat jetzt fast 200 voll ah mein dino kann nicht laufen bitte warum zu voll oder jo gehen wir einfach mal weg genau ok ja meiner ist auch voll zu voll ne ne meiner hat noch 10 frei oder so kannst du denn damit laufen äh nein siehst du ok aber das ist denn das kleinere problem ja ich denke mal wenn du die sache noch im inventar hast 100 alle sind nur überladen alle denn alleine laufen keine kann er nicht du musst t drücken und dann den angucken dann follow one sonst laufen sie dir hinterher genau ich muss jetzt meinem angucken bleib mal stehen also immer t drücken und den angucken jetzt läuft er mir hinterher ach spielt auch eigentlich keine rolle ob der die hinterher läuft ok täglich läuft zurück zu base boah ist das finde ich aber das sieht doch ein bisschen was denn das mit dem bäumen ja krass ne mhm von extrem aber egal egal wenn ich den spielspartig nö quatsch wir sind ja auch ein bisschen buggy der war wieder gut ich muss was trinken gut dass es hier süßwasser ist und kein salz im meer ja das spiel ist so unglaubwürdig ne war dumm süßwasser im meer bitte ich mein dinos ok aber süßwasser im meer wir reden hier doch von einer anderen ja wir haben obwohl ja doch das könnte natürlich eine ganz andere dimension sein ne ja wenn wir von der kreidezeit oder von der steinzeit eher eine zeit lieber reden dann gab es ja süßwasser und maß so du bleibst stehen so deiner hatte das baumaterial ne ja dann auch äh boah äh stop der bleibt jetzt stehen äh du meinst hier hier dein äh shadow ja und sein shadow hunter ja das ist ein kleiner insider vielleicht verraten wir es euch mal aber jetzt noch nicht aber du musst auch gucken wie viel er hat ne ja ich bin zu voll okay er hat noch jetzt hört die frage aus was wollen wir das jetzt bauen ok deiner ist jetzt ziemlich voll voll meiner ist voll 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 ich weiß nicht ob denn noch im video läuft äh ja meiner ist voll voll wir nehmen da doch mal ein bisschen raus sollen wir in die drei hörner das baumaterial packen ja ja wenn am meisten tragen bis jetzt noch holst du ähm ich will da dass der jetzt hier stopp stopp okay du musst den anvisieren und dann dürfte er ein ja ja das ist nochmal weil du beide noch anvisiert hast hast du dir also setzt nur bocken im spät und ne ja ok bock bleibt mal stehen so ob hat schon wieder ein level up was das kannst ja einmal mal gucken wie das da aussieht wie mache ich das denn also ich gucke den wieder an tee und dann sag ich dem doch whistle stopp one genau macht das genau und den anderen musst du dann wieder angucken und sagen kollege halt stopp ne guckt der folge die folgen wir beide immer noch nein du musst du musst beide angucken erstmal guckst du bob an und sagst dann du und sagst dann auch nicht following doppelt so der bleibt jetzt stehen jetzt folgen dir alle auch nein jetzt folgt der bob dir wieder jetzt ist der hört der bob auf bob ist nicht mehr following okay jetzt hören sie beide auf das ist super und wahrscheinlich hier vorne jetzt ich weiß jetzt nicht ob das der bob ich hab auch hat der wieder angefangen warum das denn wir gehen da nicht da ist da ist ich super schaut mal wie viel fleisch wir kriegen boah ich hab 11 fleisch bekommen bei dem airdrop oder was ne ne von die fische ach so ja die fische sind geil ja doch dann haben wir wenigstens schon mal fleisch im überschuss also ihr lieben wir machen das nämlich jetzt so wir werden jetzt erstmal level damit wir level 15 da wenigstens einer von uns level 15 damit wir auch mit der base anfangen also in der nächsten folge fangen wir mit der base an ich sag schon mal bleibt sauber bis denne chau 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 chau